Herzlich Willkommen zu einem neuen Fortnite-Studio hier auf meinem Kanal. Ja Leute, checkt unbedingt morgen das Video, wo ich Fernboß spiele. Aber als erstes hier ein neues Update. Seit 17.20 Uhr nach Führung endlich mal der Big Boy. Downtown um 38.00 Uhr, gleich startet um 7.30 Uhr. Halt's Maul! Wenn die Downtown um 38.00 Uhr beginnt. Ich steh mir das mal Leute hier mit euch. Ich mach mal kurz Blackstream an, dass ich mal gucke. Du, du stehst. Jo, scheinbar nicht mehr so ein Sochi-Fan. Dass ich mal nicht seh, aber Leute, was ich euch schon mal versichern kann, ist... Ähm, hier. Das ist in der Nacht immer auf 37.00 Uhr. Ich weiß, richtig früh. Ich steh mir den mal auf 8.00 Uhr. Warte rein, komm. Äh, wenn Downtown um 8.30 Uhr ist, dann mach ich das auf 8.20 Uhr. Ihr seht das hier? Ne, da ist... Das mach ich weg. Neues Waffenslot Update. ist er ja dann mache ich das gerade mal kurz neue waffenslot update ist da kommt dann lasse ich das so ja leute wie ihr das hier schon sehen können bei mir startet um 8 20 auch nicht nur matchmaking geht er machte deutschland also wie immer darunter um 9 uhr ok leute dann heißt es mein team wenn es um 9 uhr ist dann Prozent stelle ich mir mal das auf 8 umfünfzig menschen da und dann um 9 Uhr er steht noch schon mal mein Wecker auf 8 Uhr ist er so macht man ausstehen kann ja leute ja gut dann will ich sagen mach es mal wieder hier mit diesen auch sind ja 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 Bis zum nächsten Mal.